Hans Kudlich und ich, die die Ausstellungsgestaltung hier im Domquartier gemacht haben, wollten Rauminterventionen erschaffen, die ein bisschen die Fantasie anregen und einem auch das Gefühl vermitteln, was hier früher passiert ist. Die Räume in der Residenz sind ja extrem stark und schon durchaus überlastet mit Ornamenten, mit Farben, mit Formen und auch sehr unterschiedlich in den einzelnen Räumen. Da wollten wir nicht noch was dazugeben, weil man da nicht gewinnen kann. Stattdessen haben wir versucht, eine ganz andere Formensprache zu finden und hier quasi fast schon Skulpturen zu erschaffen, die einen anregen, nachzudenken über die Themen, die die Räume behandeln. Im Thronsaal zum Beispiel gibt es ein großes Megafon. Die Idee ist sozusagen, dass der Herrscher absolutistisch in ein Megafon hineinruft und dann der ganze Hofstaat das tun muss, was verlangt ist. In dem Fall zum Beispiel Feste ausrichten, Musik komponieren und dergleichen mehr. Ja, wir sind hier im grünen Salon, im ehemals grünen Salon, der jetzt eine andere Farbe hat. Hier waren die Bittsteller, die wollten sozusagen vom Herrscher etwas haben, Geld oder eine Genehmigung. Und hierarchisch gar nicht so weit entfernt von diesen Bittstellern waren auch die Hofkomponisten, die keineswegs den Status hatten, den sie heute haben. Es gab auch kein Urheberrecht und all diese Dinge, sondern die waren quasi Eigentum, die gehörten fast schon zum Inventar des Hauses und hatten hier zu komponieren, damit möglichst jeden Abend wie eine Radiosendung neue Musik läuft. Die Namen dieser Komponisten haben wir auf dem Teppich angebracht und der Teppich rollt sich auf, weil das ganze System irgendwann explodiert ist und auch Mozart entsprechend große Wellen geschlagen hat. auf den Boden die orientiert werden können aus limbischen grabbed und nicht nur Humphreys fährt. Wie es die Rolle jetzt vielleicht noch ein Mal fragen Sie, Untertitelung des ZDF, 2020